Bei der standesamtlichen Trauung werde ich immer wieder gefragt, ob diese auch in Deutschland anerkannt wird oder ob es Schwierigkeiten geben wird. Wir sind mit Schottland ein EU-Land und sämtliche Trauungen in Schottland werden in Deutschland anerkannt, problemlos. Wichtig ist allerdings, dass Sie bitte vor Abfahrt nach Schottland in Ihrem eigenen Standesamt dies einmal voranmelden, um anzufragen, ob möglicherweise zusätzliche Dienstleistungen und Papiere wie eine Apostille benötigt werden. Das ist nicht oft der Fall, aber kann passieren. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, sich vorher einmal kurz zu melden und bekannt zu geben, dass man im Ausland heiraten möchte.